Vom Rand der Welt kann man in Ihren Mittelpunkt geschleudert werden. Auf einmal ist alles möglich. Jedes Märchenwunder und jede große Tat. Bei Ihnen ging's ja. Geschichte war immer mein Lieblingsfach. Warten Sie mal. Das Lernen. Es muss ja zu viel geworden sein. Ein Mann? Nein. Nein, nein, das wüsste ich. Von Rieter ist doch ein moderner Mensch. Die Feindnisse haben sich gründlich geändert. Kannst du nicht schneller, frischgebackener Herr Doktor? Der alte Werkleiter ist nicht zurückgekommen. Von einer Dienstreise nach Berlin. Berlin wehe, ihr versteht. Was ist eigentlich los? Was los ist? Das Normale. Das, was kommen musste. Jetzt sind Sie drüben. Ein Arbeiter verlässt seinen Staat. Seine Tochter belügt diesen Staat. Und ihre Freundin hilft ihr dabei. Sie fahren zu Besuch nach Berlin? Mein Verlobter. Früher suchten sich die Liebespaare vor der Trennung einen Stern, an dem sich abends ihre Blicke treffen konnten. Was sollen wir uns suchen? Den Himmel wenigstens können Sie uns nichts erteilen. Doch. Der Himmel teilt sich zuallererst. Leb wohl. Braunes Fräule. 5ger. Boie. 3,olis Development. 5ger. Hallo. Wir seeren, da stehen. 3ger. Vielen Dank.